Du hast ja gesagt, der muss spitzer sein. Die löst sich ja auf. Und was ist mit so Ornamenten einfach? Keine Ahnung, ob das überhaupt jemand checkt, aber den verdrehst du einfach in diese Richtung. Ich versteh schon, du drehst, aber da oben ist dann super viel, was? Zwei Teile. Verschwinden, das versteh ich doch nicht. Du hast ja oben schon ein Dreieck, wo soll das sein? Du hast sogar mit Weiß. Zurück zu noch ein Dreieck, wo kann ich sie hier? Das immigrants lieben ja... Denn das mère war nemm saker, denn das muss ich lösen. Otto Bradsen Feig müsst ihr nicht wahrnehmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.